einfach da mal ein blitzschlag ein sehr schön auch dann kann er sich hier nicht wiederbeleben er keine ahnung früher hat mein addon angezeigt wie lange es noch dauert die flagge zu übernehmen ich habe auch schon lange nicht mehr da der typ ist auch schon wieder da ich hoffe dass der jetzt bald uns gehörte scheiß turm verteidigt den gut stehen jetzt noch drei drehen schnell ja diese wartezeit dann immer ja dieser geistführer der alle 30 sekunden belebt er uns und manchmal hat man glück und man kommt gerade her und ist nur eine sekunde jetzt hatte ich natürlich pech dass man 30 sekunden warten muss so schnell dahin wieder halte die stellung nein das gibt's ja nicht vor Mistverdammter also es gibt eindeutig zu viel Prozent sind sie in den Spielen das haben sie wollen das ist zu weit entfernt das lädt immer noch der nächste gleich von hinten man gar nicht mehr darauf reagieren kann ja und da verlassen die ersten das Schlachtfeld weil es ihnen schon wieder zu lange dauert jetzt ja ist eh normal da versuchen sie immer mit der Harikiri Methode zack schnell vor und den Boss töten und dann haut das nicht hin und dann fangen da die ersten Zehner an das Schlachtfeld zu verlassen keine Ahnung man klar klappt sehr oft es gibt hier einen Erfolg um diese Schlachtfeld in unter sechs oder zehn Minuten zu beenden habe ich auch schon bekommen ist alles kein Problem klappt alles aber es klappt halt leider nicht immer und dann kann es halt auch passieren dass man hier mal wirklich länger drin fest sitzt und ja ich verlasse ungern vor irgendwelche Schlachtfelder ich muss näher ran so die jetzt hier klein weiß man alle weg so schnell in den Durm rein sie starten so ein bisschen mehr Leben Ich kriege hier einfach mal so Regen drauf, alle die da so ein bisschen stehen, ja, haben wir ja vom Heiler dabei, sehr gut, wir werden noch ein bisschen geheilt werden auch, so der Held hier auch schön, das ist gut, ja echt schade, es ist gleich mal nicht angezeigt bekommen, das war immer sehr angenehm damals, ich hab da irgendwo jetzt, ich hab's gehört, hoppala, ich stell da mal ein verlangsames Toten, ich geh da gleich mal in der Tür reinkommen, wenn die gleich mal verlangsamt, den kann ich gut, so, haha, jetzt stehen deine Chancen besser, mein Freund, ja, ich bin eigentlich kein Heiler, aber mach ich öfters, wenn ich eine klassische Spiele dir auch heilen kann, wieso nicht, in dem Turm, dann hätten sie irgendwie können ein bisschen größer oder geräumiger machen oder so irgendwie, oder wie bei anderen Spinnen, das dann einfach, wenn man die Kamera jetzt an ein Objekt anstößt, dass das irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ausgeblendet wird, dieses Objekt, also, so, wie lange dauert das hier noch, ja, mit dem eh nur mehr 153, sieht eh schon sehr schlecht aus für uns, wahrscheinlich verlieren wir das, eh, kämpft noch, wo, ja, ich muss zuerst etwas anvisieren, ich habe kein Ziel, oh, der hat noch was drauf, Moment, jetzt werden wir ihn runternehmen, mein Krieger Freund, ich werde dich hier heilen, oh, nein, ich bin runtergefallen, ich habe zu wenig Mana, und, 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 nein, immer noch nicht, ich dachte jetzt schon, das war dieser Turm her, ach komm, du scheiß Turm, war das früh nicht in der Minute, ist das echt länger gewesen, ich kann mich nicht mehr erinnern, oder waren das echt fünf, ich muss zuerst etwas anvisieren, irgendwo soll ein Schubgehirn sein, ich weiß, ich freue mich, okay, da haben sie den erwischt, sehr schön, auch unser Loot, gut gemacht, und wieder da ein Totem gestellt, dass er wieder verlangsamt wird, ah, das Totem tickt wenigstens gleich eine Minute lang, wo, ja, geht's doch wieder zum zweiten Nein, bitte nicht sterben! Ach verdammt, ich wollte Ränder nicht erreichen. Ich hasse dich! Das sind Dab-Scheiß-Fehler. Wie oft bekomme ich da irgendein Ziel, das hinter mir steht rein? Ich versteh's nicht. Einen Scheiß-Bug gibt's seit neun Jahren. Nee, sag nicht, die haben das jetzt wieder... Ich seh den vorhin erst nicht. Nee, wurde zerstört, er brennt. Na, Gott sei Dank. Ja, Turm ist zerstört. Er müsste hier rumlaufen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Okay, der wird auch angegriffen, diese Krieger. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ja, sorry, leider... Mehr hab ich nicht. Zwei, drei auf einen draufhauen. Ja, und viele machen auch den Fehler, sie gehen nicht auf die Heiler. Sondern da wird fröhlich auf den Tank eingeknüppelt. Der wirft Schildwallen und den ganzen Scheiß ein. Bekommt dann... Natürlich viel weniger Schaden und alles. Im Hintergrund stellen natürlich zwei, drei Heiler und pumpen den ganzen Zeit voll. Und die Leute wundern sich, wieso fällt der nicht um? Ja, kein Wunder. So. Okay, jetzt ist es eigentlich wieder gut für uns. 97. Ich bin sicher. Mal schauen, vielleicht kann ich da... Wer nimmt denn gerade diesen Friedhof da oben ein? Wir! Ja. Ach, komm. Ach. Woher absteigt. Habe ich ja gar nichts gemacht. Aha. Okay. Dass man diesen Erfolg auch einfach so bekommt, wenn ihr ihn irgendwie in der Gruppe macht. Interessant. Gut zu wissen. So. Ja, diese Folge wird hier ein bisschen länger dauern. Ich will die irgendwie nicht... Ja, da schneiden. Ich glaube, jetzt haben die wieder die Friedhof da oben übernommen. Ja. Hey, du da! Bleib stehen! Jetzt haut mich da natürlich einer von hinten. Ach, der hat zwei von hinten. Natürlich! Boah, Gott. Das lädt immer noch auf. Mh. Mh. Verdammt, ich hasse das. Einmal möchte ich hier nur auf einen treffen. Ohne dass dann gleich zwei, drei andere auf einen draufdreschen. So, was passiert hier gerade? Schauen wir uns eigentlich mal die Karte an. Ja, wir sind da irgendwo überall aufgeteilt. Oh, die haben da schon hinten einen Doom auch noch zerstört von uns. Eieieiei. Eieiei. Den gehört auch schon der Friedhof. Ja, das verlieren wir ganz sicher. Wir haben nur mehr 14, ja. So. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich muss sagen, ich reine mal zurück. Vielleicht kann man da irgendwas noch abwenden, aber nur mit 15. Sieht schlecht aus. Sieht, sieht sehr schlecht aus. Ja. War eigentlich unsere eigene Schuld. Falsch gespielt. Ja, haben wir Nummer 7. Ja, das ist definitiv verloren. 6. Ja. Ein paar Leute noch sterben und dann war es das schon wieder. Eieieiei. Nummer 4. Na klar, jetzt haben sie gerade den Boss angegriffen. 2. Ja, das war's. Ja, das war's. Da kann man nichts mehr tun. 1. Einer noch sterben. Ja, das war's. Tja, leider. Wenn man zu dumm ist, dann verliert man hier natürlich. Horde. Wo war ich denn da? Okay. Eher so im unteren Hälfte. 144.000 Schaden, 38.000 Heilung habe ich gewirkt. 2 Todesstöße habe ich gemacht. 10 mal gestorben. Gibt's welche, die da mieser waren als ich. Okay, 15 mal. Aber dafür hat er 5 und 8 getötet. Okay. 20 Todesstöße gehabt. Ja gut, da bin ich auch eher im unteren Viertel. Ja, ich habe mehr verteidigt und so. Auf Allianzseite 28. Ja, auch sehr gut. Ja, okay. Verlassen wir das mal. So. Und dann würde ich sagen... Ach du Scheiße. Ja, natürlich. Jetzt stehe ich hier natürlich mittendrin und das habe ich jetzt... So. Und das habe ich jetzt leider überhaupt nicht mehr gedacht, dass ich ja hier noch in dieser... Zone da stehe. So. Na komm, lauft weg. Dann werde ich diese Aufnahme hier beenden. So, ich stelle mich jetzt in diese Dutschi her. So. Ja. Ich hoffe, die ganze Aufnahme hat euch auch wieder gefallen. Zum Schluss jetzt ein bisschen Altaractal. Ihr habt jetzt gesehen, wie man Altaractal nicht macht. Also immer schön das Zeug teppen und auch verteidigen, weil sonst hat das überhaupt keinen Sinn. Ihr habt es gesehen. Allianz hat es dann richtig gemacht. Hat dann wirklich alles durchverteidigt und natürlich dann auch so gewonnen. Wir waren einfach zu blöd dafür. Ich hoffe, man kann nicht noch erkennen. Es ist schon ziemlich da dunkel. Moment. Vielleicht kann ich da bisschen das so rüber drehen. Okay. Nein. Das ist zu extrem. Ja. Ähm. Ja. Lasst einfach Abo, Kommentar, Daumen hoch da. Empfehlt mich weiter. Teilt meine Videos. Dann sage ich auch wieder Danke fürs Zuschauen. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Also macht's gut. Ciao. Euer Grafus. schon sehr vieles. Bleus.